Aber das ist korrekt. Das sind schwierige Fragen. In holländisch ist Flaut. Oh, nein, nein, nein. Richtig. Null Prozent, dann ist das kein Fall. Warum weißt du das in holländisch? Nicht so seriös. Servus zum Deutschunterricht. Matthäus, ich habe hier einen Stapel mit Fragen. Sie sind privat. Hier habe ich einen Stapel. Sie sind professionell über Fußball. Ich würde sagen, du nimmst immer eine, beantwortest sie. So gut, wie du kannst. Ich möchte dich stressen mit diesen Fragen. Aber lass dich nicht stressen. Sie sind ein bisschen delikat. Sie sind manchmal ein bisschen unverschämt. Weißt du, was unverschämt heißt? Sie sind respektlos. Wir trainieren uns einfach. Wie gehst du mit solchen Fragen um? Okay. Bereit? Immer. Ihre Freundin ist so hübsch und sie sind so hässlich. Wie passt das zusammen? Aber das ist korrekt. Sehr gut. Ja, meine Freundin ist sehr hübsch. Und ja, ich bin hässlich. Das muss ich ehrlich sein. Wie sagt man, diese Liebe? Wenn du diese Liebe fühlst? Wenn du diese Liebe fühlst, dann ist das nicht so wichtig. Das Aussehen? Ja, das Aussehen. Das ist nicht so wichtig. Matthias, ich bin fast happy mit deiner Antwort. Was hast du wieder gemacht? Wann. Wann du diese Liebe fühlst? Wenn. Vielen Dank. Matthias, jetzt mal ehrlich. Das war doch ein klarer Elfmeter. Nein, das war kein klarer. Für mich war es ein klarer Elfmeter. Wir haben in der Redaktion die Szene nochmal angeschaut. Es war ein klarer Elfmeter. Sie hatten wirklich Glück, dass der Schiedsrichter für sie entschieden hat. Ja. Wenn der Schiedsrichter nicht was sagt, dann ist das für mich kein Fall. Okay, gut. Dann habe ich Glück. Dann hast du Glück. Dann bin ich auch happy. Eine Sache, wenn der Schiedsrichter nichts sagt. Was macht denn ein Schiedsrichter? Aha. Wie heißt das denn auf Deutsch? Was denkst du? Krieg mal ein Wort. In holländisch ist Flaut. Oh! Nein, nein, nein. Das ist ganz anders. Pfeifen. Pfeifen, okay. Pfeifen. Wenn er nicht pfeift. Wenn der Schiedsrichter nicht pfeift? Das Schiedsrichter? Der Schiedsrichter. Der Schiedsrichter. Wenn der Schiedsrichter nicht pfeift, dann ist das kein Fall. Dann ist das kein Fall. Okay. Wann werden Sie heiraten? Das ist eine gute Frage. Ja, ich bin auf diesem Moment vier Jahre mit meiner Freundin. Geh weiter. Alles geht sehr gut. Ich weiß nicht, wann wir heiraten. Aber ich hoffe, dass das schnell ist. Sehr gute Antwort. Du hast gesagt, auf diesem Moment. Ja, in diesem Moment. In diesem Moment. Okay. Ich bin seit vier Jahren mit meiner Freundin. Aber es ist meine. Es ist meine. Warum? Weil? Mit. Nach mit Dativ. Und normalerweise, das ist auch Englisch. Da fehlt auf Deutsch noch ein Wort. Welches Wort ist das denn? Ich weiß sogar auf Holländisch. Pass auf. Warum weißt du das in Holländisch? Zusammen. Zusammen. Also du bist mit einer Person zusammen. Ich bin seit vier Jahren zusammen. Dann hast du gesagt, ich hoffe, dass das schnell sein wird. Sein wird. Okay. Das ist okay. Aber du wolltest eigentlich sagen, nicht quick or fast. Du wolltest es soon. Schnell passiert? Das ist schnell passiert. Besser. Okay. Oder du sagst, was ist soon? Soon. 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 It will be happy soon. Ähm. Ja. Früh? Früh ist early. Ja. Kein Problem. Schau mal. Vielleicht ist es so. Alles. Ein neues Wort, oder? Mal. Das ist der Unterschied. Sie waren mit ihrem Gegenspieler heute offensichtlich überfordert. Woran lag das? Überfordert. Überfordert. Überfordert ist, du hattest Probleme mit ihm. Große Probleme. Die Mannschaft oder das Spiel? Gute Frage. Ich meine dich direkt. Okay. Ja, ich denke, dass mein Gegenspieler sehr stark war heute. Ein sehr schneller Spieler mit sehr viel Qualität mit dem Ball. Und heute war ich nicht konzentriert, um diesen Spieler zu stoppen. Ja? Ja? Geht? Zu stoppen? Was ist noch möglich? Was kannst du noch sagen? Zu kontrollieren? Zu kontrollieren, ja. Zu kontrollieren. Das sind schwierige Fragen. Matthias, du könntest der beste Fußballer aller Zeiten werden. Okay. Nicht so seriös. Warte, warte, warte. Du müsstest dafür aber deine Seele an den Teufel verkaufen. Würdest du das tun? Nein. Nein? Nein, nein. Für mich ist Fußball sehr wichtig. Aber du bist erst ein Mensch und dann bist du ein Fußballspieler. Und ja natürlich, Fußball ist mein Leben. Ich mache das den ganzen Tag. Den ganzen Tag? Wie? Den ganzen Tag? Den ganzen Tag. Aber für mich bist du am ersten Platz ein Mensch. Und dann kannst du den allerbesten Fußballer aller Zeiten werden. Aber das ist für mich nicht das Wichtigste. Ja. Sehr gut. War wirklich auch wieder alles gut. Wieder ein Anglizismus im Kopf. An der erste Platz. First Place. Was du meinst ist zuerst. Ja. Zuerst. Ja. Oder vor allem anderen. Okay. Binst du Mensch. Vor allem ist klar was das heißt, oder? Ja, vor allem. Okay. Ich würde sagen, letzte Frage. Ihre Passquote war heute unterirdisch. Haben Sie dafür eine Erklärung? Ah, Passquote. Deine Passquote war heute unterirdisch. Ah, okay. Weißt du was unterirdisch heißt? Ja, nicht gut. Nein. Richtig. Richtig. Null Prozent. Null Prozent. Minus 100 Prozent. Ja, heute habe ich mit ein bisschen mehr Risiko gespielt. Und ja, heute war ein sehr schweres Spiel für mich. Und dann ist mein Passquote 10 Prozent heute. Ja, das weiß ich. Weißt du was das Allerwichtigste ist, wenn du… Ich glaube nicht, dass dir jemand so eine Frage stellt. Mhm. Aber weißt du was das Allerwichtigste ist, wenn du so eine Frage bekommst? Das hast du gerade sehr schön gemacht. Schmal. Lächeln. 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 Sehr gut. Dankeschön. Matthias. Vielen Dank. Guten Tag. Aber das ist korrekt. Das sind schwierige Fragen. Richtig. Richtig. Null Prozent. Null Prozent. Warum weißt du das in Hollandisch? Ja, ich weiß das. Ich weiß, was du gegessen hast. Ich weiß, was du sollst. Aber ich treffe… Rego Matzi. Ja. Ich weiß nicht, das war. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was du sollst. Ich weiß nicht, das war ja, ich weiß ja. Ich weiß nicht. Band ich kann nicht sagen. Und im Büro. Vielen Dank.